ja halli hallo liebe rettungsschwimmreifenfreunde ich bin's der tenchi und wir spielen rampage night ja wir sind ein sehr sehr böser mister also böse hexenmeister oder war lord ja also ganz böses vieh mit einem wunderschönen rettungsring oder wir machen das durch leute wir kriegen ja richtig krass damit weil das geile ist man kriegt einen haufen leben mit diesen dämonen erst die machen nicht nur schaden geben auch fett leben ich muss mir wieder angewöhnen die rolle mehr zu verwenden das habe ich ja im letzten run nicht gemacht weil ich nicht gebraucht weil ich ja das nicht hatte ich hatte es einfach nicht so doll noch ein dritter ach du scheiße das ist noch ein dritter dämon alter falter mehr fällt mir dazu nicht ein hihihi macht dich das wütend möchte ich das wütend ich darf mich nicht zu nah dran so mach dich wütend der macht dich wütend ich muss nach da laufen damit die auch dahin gucken aua fuck ich will aber nicht kämpfen gegen den boah boah alter schwer hammerhart hammerhart mit so wenig leben so auch noch kaputt geht nicht weil fast drei ausgewachsene dings äh problem ist nur wenn wir leben ist ein bisschen low und hier sind wieder ah nein aber warum kommen jetzt immer so viele dicke aber eigentlich müssten müsse ich bloß die ganze zeit ausweichen mehr muss ich eigentlich nicht machen der rest machen eigentlich meine dämonen auch wenn sie es sehr langsam machen ich habe noch das hier so das war es auch schon mit dem ich habe da was nicht mit dem messer schießen das ist unfair so ja die machen ordentlich damage so krass da noch ein dritter dämon habe ich drei leben boah nice und das obwohl ich schon eins verloren habe ich habe schon eins verloren easy nehme ich alles mit oh nice leute nice guckt euch an der ist fast ausgewachsen den das schaffen wir noch den kriegen wir auch noch ausgewachsen ja wir haben den courtyard geschafft wir sind noch nicht besonders weit weil es relativ lange dauert mit der methode die ich hier um die ganze zeit versuche aber das kann auch richtig witzig werden die ballern ey geil ein ei ein leckeres ei ich kriege auch kaum ein leben ich brauche mehr ein leben man nein nicht feuer oh nein oh fuck nicht feuer feuer ist so unfair oh kack ich habe nicht so ein pech oh jetzt habe ich ihn nein oh fuck nur noch neun leben oh nein das war eine schlechte idee oh fuck ey oh ich will die ganze Zeit noch doppel-double-jump machen das ist aber natürlich nicht richtig boah hammerhart oh fuck ey das war jetzt richtig fies muss ich sagen nicht runterspringen ah wieso gehen die dings nicht kaputt nein ich bin gestorben kacke ein dämon weniger ne alle sind ja dann weg ach dann hat man ja gar nicht drei leben man hat ja immer nur eins stimmt fuck jetzt wird es schwer nein so weg rollen tenji rollen nicht springen ich will mal weg springen vor den gegnern hey die sollten mich doch eigentlich gar nicht angreifen ich dachte die kleinen fledermäuse greifen mich nicht an weil die respect haben von mir interessant ich habe zum glück wieder ein leben wieder ein extra leben bekommen okay wir haben keine drei leben oder so wir kriegen dann immer nur ein leben extra ich verstehe ist aber kein problem kein problem für mich damit kann ich auch umgehen solange wir die items auch nicht verlieren ist ja alles super so ich bin jetzt tausendmal schon drüber gesprungen jetzt schaffe ich es wahrscheinlich nicht ja doch war zwar knapp aber ich habe es geschafft puh der hat aber auch wenig leben alter der hat echt wenig leben man ah was ist das lightning rod der ist bestimmt besser als der hier also das war ja dieses links hier ja das greift entschuldigung das greift wenigstens speziell die gegner auch an aber das mana ist recht low ja das lädt ja auch langsamer wieder auf habe ich das gefühl als wenn ich das andere verwende das andere lädt immer so schnell auf naja oh das ist so krass wenn man richtig gut spielt von anfang an die ersten level komplett schön mitnimmt dann kann man wahrscheinlich richtig geil diese dämonen köpfe so richtig viele dämonen köpfe mitnehmen haa ihr schild heinies da helfen eure scheiß schildern nämlich auch nichts wow oh nicht weg springen weg rollen tenji wie oft noch wie oft muss ich dir das sagen tenji wie oft muss ich dir das sagen so ist der kampf schon zu ende oder ja da kommt schon mh nekroburger so mal gucken da unten gibt es noch was ok ich muss mal kurz das mikro ein bisschen machen weil ich atme da leider auch immer ein bisschen rein tut mir leid tut mir leid so oh nein wieder so ein mist oh shit oh shit das ist ein haufen explosionsdinger los dämonen schießt schon mal da rein ich will die explosionsfässer loswerden naja war schon ganz gut vielleicht nochmal komm schon ja noch einmal dann geht das explosionsfass kaputt ich will damit nämlich jetzt nicht kämpfen mit den explosionsfässern das ist unfair yeah okay nehme ich schon mal mit was no mana was wie schnell geht das denn los weg hm ich weiß nicht ob er die fässer da oben noch erwischt ich könnte sie auch nehmen eigentlich so und oh so und schwupp oh das war das falsche Fass und der hat das andere getroffen sehr schön so okay dann können wir jetzt eigentlich kämpfen na na was ist los mit dir man oh brauchst du Hilfe oh ja du brauchst Hilfe merk das schon rollen tenji alter da kommt der andere angerannt scheiße man okay jetzt aber fuck sind die ausgewichen einfach aber ich finde das lightning ist auf jeden Fall schon mal besser was shit demon grows stronger oh yeah okay was denn hier los bewegt euch gar nicht mehr und willst auch noch was auf die Mütze kriegen na ist wohl noch nicht tot jetzt aber so was verkaufst du Schönes ich hoffe du verkaufst auch was Schönes und nicht nur oh 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 mein Gott da ist es das Schwert plus 13 Damage für jede aktive alter wie weiß was haben wir hier momentan das ist 13 schlechter für jeden aktive ähm wie nennt man das Fluch oder Krankheit machst du 13 mehr Damage mit dem Schwert das soll recht gut sein aber ich habe es einfach gekauft um zu gucken was es überhaupt noch gibt naja gut blocks all hits immunität to poison and disease nein immunität gegen disease ist ja irgendwie voll kacke aber gegen poison ist es gut ah das ist ja kacke es ist gut gegen poison ach scheiß drauf ich will stark sein ich will stark sein tut mir leid war so ein kack ne schlechte Kombo ich will es unbedingt mal ausprobieren ich habe das noch oh shit fuck geh weg geh zurück du gehst auch zurück oh shit nein springen aber nicht zu weit springen oh Gott wieso ist das Schild nicht kaputt so verdient boah oh das ist knapp ich kann doch fliegen ich Idiot ich habe doch Fliegen ja ich kann doch fliegen über die Schluchten oh Tenji 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 was los mit dir man die Macht ist mir zu Kopf gestiegen ich merke schon nicht mehr richtig ah na endlich das würde ich gerne nehmen das Wasser mhm lecker lecker werde ich ein Esel nein ich bin ein Arschgesicht aber es ist nicht so schlimm jetzt bin ich richtig jetzt ist das Ding schon 26 Damage macht das Ding jetzt alter Falter wäre geil wenn ich noch mehr von dem Zeug kriegen würde ja boom so ein paar Äpfel essen warum nicht so wäre nicht schlecht jetzt noch ein bisschen Krankheiten ich will Krankheiten wo sind die Krankheiten wo sind die Krankheiten so da oben geht es hoch da geht es auch nochmal lang wir gehen mal oh oh Mist was hier gab es auch einen Koch dazu wusste ich gar nicht dass sie noch wow hä wieso greifen die mich an diese kleinen Fledermäuse sollten eigentlich total friedlich sein so jetzt war es das mit dem friedlich sein hier oh shit ja macht ordentlich Damage das Ding aber auch mein Schwert macht ordentlich Damage hihihi essen wir noch ein bisschen was vom Fly vom Schwein mh lecker hier frisst das so ich werde unbedingt fertig machen mit meinem eigenen it's raw you donky was Cook's Head Unlocked geil nice was wir alles anlocken hier in dem in dieser Aufnahme Session das ist so Hammer so oh ja hihihi murky water yeah komm oh nein oh nein was ist denn das ich renne permanent oh god das war vielleicht nicht so gut aber ich hab 39 Damage das ist die Hauptsache ich kann ja hin und her rennen ich renne ja eh ich bin nur eh permanent immer am rennen so schwierig da jetzt direkt anzugreifen wird ein bisschen schwer werden aber so wir können ja nirgendwo runterlaufen ja wir können ja nirgendwo runterlaufen wir machen jetzt richtig Damage oh nein ein Dämonenchest ja wisst ihr was das bedeutet das bedeutet wir bekommen einen Fluch und ihr wisst ja was das bedeutet wenn man einen Fluch bekommt das ist was gutes das ist was feines Leute okay so jetzt gibt es erstmal ein paar Gegner komm her hier wenn du Damage willst wer möchte Damage von euch haben ich hab ganz viel dafür für euch ich frag mich warum diese kleinen Viecher mich nicht angreifen oh shit boah Schwein gehabt ach shit diese Schild-Heinis ich hasse diese Schild-Heinis hab ich das schon Millionen mal erwähnt ja hab ich das schon Millionen mal erwähnt ja gut dann hat das auch seinen Grund warum ich das gemacht hab ich muss ab und zu mal furzen tut mir leid das ist mein Gesicht mein neues das will halt nicht so wie ich das immer will oh Gott Alter das war ja nice da gibt es noch leckere Bananen so und ich würde grad sagen alle tot aber es sind sie nicht komm her du Schlitz iiii nice oh jetzt wird es schwer die aufzusammeln wird schwer Elfenkurierdings brauche ich was ist das mit der goldene Banane Vitalität plus 10 oh das ist die geile Banane äh ja geil wir haben mehr Leben ok das wird ein bisschen schwierig wenn wir jetzt überall Bananen hinschmeißen ne ja was ist hier das Schwert will ich nicht haben doppel damage against Dämon scheiße wäre vielleicht doch nicht schlecht gives random blessing blessing was soll ich das so was haben wir denn 39 das hier macht generell 14 und doppelschaden an Dämonen egal wir machen das da weiter wir sind ein warlord man shit da waren das sind Stacheln ne sehe ich das richtig aber da kann ich trotzdem dagegen laufen ok scroll of blessing brauche ich jetzt nicht unbedingt wobei dieses renne mir auf den Sack geht aber dann ja was soll's das gehört halt dazu wenn man so ein Dämonenschwert besitzt he he da rutschen die Gegner schon aus oh ich rutsche leider auch aus bisschen doof so so das ist schon geil das ist schon geil shit so ok geil nice wir haben das ganze Level geschafft wir nehmen natürlich noch ein bisschen Geld mit das muss ja auch mal sein weep wir haben immer noch ein Leben übrig aber wenn du es richtig von Anfang an machst ist es so richtig krass aber ich glaube mehr als drei gibt es nicht dann hätte man noch ein Leben übrig oh nice Leute geil man ich bin dreimal gestorben dreimal gestorben aber ich lebe immer noch what the fuck was ist da los na gut Leute ich würde sagen ich war der Tenshi von Sipskanal wir sehen uns dann beim nächsten Mal dann wird es nämlich richtig spannend bis dann tschüssi 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 tschüssi